Das ist die beste und schönste Geschenkidee aller Zeiten. Danke, liebe Mutti. Denken Sie daran, Muttertag steht vor der Tür. Schenken Sie Ihrer lieben Mutti doch mal was ganz Besonderes. Bernhard Brink singt und spricht einen ganz persönlichen Gruß. Von Anna bis Sylvia. Jeder Name ist möglich. Danke, liebe Mutti. Rufen Sie uns jetzt an. 080 3x503.